Fachkräftemangel, immer neue und komplexere Herausforderungen der Gesetzgebung und die Transformation in der Personalabteilung stellen nach uns in der Gehaltsabrechnung für immer neue Herausforderungen. Viele Unternehmen überlegen sich deshalb mit der Payroll ins Outsourcing zu gehen. Doch ist das wirklich die einzige Lösung? Mein Name ist Rainer Stork und ich bin Solution Architekt im Bereich Business Processes HR bei SPS in Germany. In unserem Webinar am 19.10. möchte ich Ihnen gerne Kriterien an die Hand geben, wie Sie Ihre Entscheidung für oder gegen Outsourcing besser treffen können. Ich möchte außerdem über einige Fallstricke informieren, die Ihnen bei einem Gang ins Outsourcing begegnen können und außerdem möchte ich auch gerne mit einigen Mythen aufräumen, die sich immer noch ums Outsourcing der Payroll ranken. Die Anmeldung zum Seminar ist übrigens kostenlos. Ich freue mich auf Sie!